Ich werde so ehrlich von allen Dingen ohne Risiko laufen. So kannst du heutzutage nicht mal mehr eine Klümpchenbude aufmachen. Wenn Sie die Gegebenheiten kennenlernen, werden Sie sehen, dass absolut keine Gefahr besteht. Außerdem werden Sie äußerst großzügig entlohnt werden. Ich traume uns da wie ein Afford im Schleifstein, du geisteskranker. Aber die sollen sich warm anziehen. Jetzt mischen wir nämlich mit, Erno. Ohne mich. Und du lässt auch besser die Finger weg. Das sind bockige harte Gesellen, die irgendwelche dunkle Sachen laufen haben. Hört sofort auf, ihr Pflege! Immer auf, die Kleinen! Schämt ihr euch denn gar nicht? Sie werden euch schon benehmen beitreten. Hört sofort auf, jetzt! Sagt er, sagt er, der hat angefangen! Mach, dass ihr nach Hause kommt! Halt dich raus, wenn Erwachsene spielen, Zwickelpid. Oder willst du dem Altmeister vormachen, wie man zorgt? Dieses Spiel musst du, glaube ich, erst noch lernen. Ich schau mir das mal an. Lass dir, ich werde mich persönlich darum kümmern, dass dir mal anständig die Eier durchgeschüttelt werden. Maria, bitte! Jetzt hole ich die Sensor raus. Und von dir will ich nur eins wissen. Bist du dabei, ja oder nein? Ja, ich bin dabei. Wer so schwache Nerven hat, sollte sowieso lieber Tretor davon. Ich kann seiner Stelle jetzt nicht mal den Fuß vom Glas geben.